Guten Morgen, ich freue mich von euch hier mit euch zu sehen. Heute sind wir von heute willkommen hier, besonders Daniel und Tina. Sie sind von euch hier willkommen und all die anderen sehr willkommen hier. Wir kommen nach Taub und es soll immer wieder uns zielen, uns verlangen sein, Gott beten kann, Jesus Christus da ähnlich zu werden. Und ich wünsche euch, dass von dir, was ich kann, mir bedrehen, dass wir Gott mehr schätzen und immer ähnlicher werden in unserem Leben. Ich würde sehr sagen, dass ich von dem, was uns glauben und uns leben da bin. Und von dir, Jan, kann ich mir ein bisschen von reden, was positiv da bin oder negativ da bin. Dann soll ich, ja, wir negativ sein und dort gibt einen Influenz von uns. Und wir können positiv sein und dort gibt auch einen Influenz an den Menschen rum uns. Und so, ich wollte von dir und ziemlich viel Falschen lesen, dort auch. Und bei jeder Falsche, weil wir uns eine Frau stellen und die Frau, wenn wir einmal, wenn es jetzt ein Wurm so lag, dann nicht, wenn es eigentlich ein Haargatz in Wurm tut. Wir waren uns 20 Frauen, das ist dort Frauen von dir und vielleicht können uns das halt halten, um zu denken, dass wir nicht positiv sein, nicht negativ. Wir alle wissen, dass, wenn wir Menschen begegnen, wenn sie positiv ist und emotive ist, das ist für uns ein Sehen. Wir alle haben auch einmal das erlebt, dass wir eine Person begegnen, die wir negativ sind und dass wir uns depressen, dass wir uns direkt an den Stuhl, dass wir uns schwörfeilen. Und so, mein Gebet ist, dass wir von dir sehen, was wir positiv sind und durch diese Freude, die wir uns von dir freuen, dass wir gerne nachdenken, was positiv sind und warum wir mit anderen Menschen top sind, was von anderen kriegen die von uns. Besonders in dieser Zeit, wo sehr viel von Krankheit geredet wurde und vielleicht viele von uns sogar mit uns mit uns sind und sagen, dass wir Stämme nicht mit uns, was die Regierung da hat und uns ist dort nicht niedlich und wir können sehr leicht in der Lange anfangen, negativ zu denken, negativ zu reden und dann merken wir das bloß noch schwer aus, dass das ist. Und ich habe mich selbst da angefangen, dass ich da noch nicht gut empfunden kann, dass ich nicht mehr negativ über die Dinge reden will. Wir sind in der Zeit, wo das ist und wir können das nicht ändern. Aber wenn wir bloß noch negativ über das reden, merken wir das bloß noch schwer aus. So, von dem, was wir uns den Nähnloten und uns immer wahrer der Freude stellen, sind wir positiv. Positive Personen merken einen großen Unterschied, aber so dann auch die Negative. Und von dem, was wir sehen, sind wir nicht in der Zeit. Wir lesen uns in Philippa Feuerverschrätchen, ich kann alles durch Christus, der mich stört, merken. Wenn ich alles kann durch Christus, der mich stört, merken, worum soll ich dann eine negative Entstellung haben über verschiedene Dinge? Wenn die Bibel doch klar sagt, dass ich kann, wenn ich ein Christus bin, dann, was soll mich bewegen, dass ich negativ denken würde, negativ handeln, ich habe doch Christus auf meiner Seite. Er ist doch mein Lehrer, er ist doch mein Herz. Und wir wollen ein älder Paar leben, ein Tag, und ein Tag kriegen sie Besuch. Und dieses Mann, der fragt ein bisschen, wo wird das? Und es ist doch alle Fandschaft, und sie sind älder Lieder. Und es ist ein jüngerer Mann, was er in die Kämpfe sägen. Und neben dem sagt der älder Mann, dass so mal alles reich, schön und gut. Und aber er hat sehr viel Arbeit, und er konnte meist nicht alle vor sich kriegen. Und dann fragt der Besucher, ich dachte, du hattest nicht meine Arbeit. Und dann sagt er, jo, ich habe zwei Haufen zu bewerben, die Graute. Und dann habe ich noch zwei Hosen zu bewerben, ab der Possen. Und dann habe ich noch zwei kleine Haufen zu bewerben, wo ich noch kenne. Und dann habe ich noch ein großer Worm, mit dem ich nicht mehr abpossen. Und dann habe ich noch ein Läu, mit dem ich seine Bahn nicht kriege. Und dann habe ich noch einen kranken Körper gelegen. Und das Mann, das ist dann ein jüngerer Wort, dass ich dort verschenkt, in der sehr große Arbeit zu sein, wo ich dich dort überhaupt kenne. Und dann hängte er an und sagte er noch, aber dann lög mir wenigstens die Ferien, mit dem wir auch nicht mehr arbeiten. Und er versteht nicht, was das Mann sagt. Mit den Ferien, wir auch nicht mehr, Gott, weil ich mich nicht mehr so lade, dann hat es ja wenig Arbeit. Und dann sagte er, du verstehst mich nicht rein. Die zwei große Haufen, dort sind meine Jungen. Die segen, da immer war er, nur noch steht, wo das Lass geben wird. Die kicken immer ran, nur das fleischige Dinge. Und er hat mit dem Versagen zu bewerben. Er hat mit dem Sein unter Kontrolle zu kriegen. Die Haufen, wo ich meine Abposten, das sind meine Feinde, die mich nicht immer war, habe ich nicht erreicht, war ich hier. Die mich nicht immer war, irgendwo haben, drehen und wo eigentlich haben, die hier. Und dann sagte er, die andere zwei Haufen ist, dort sind meine Hänge, dort sind ich immer war, irgendwo am Foden, in der Arbeit, wo nicht Gott ist, wo erreich ist. Und in der Gräuter Worm, sagte er, dort sind meine Tung, wo ich immer war, meine Abposten, dort sind ich, wo irgendwas sein, wenn es da kann sein, wenn ich irgendwas sein kann, da kann sein, und dann geht er wieder, und dann sagt er, in der Leib, den ich nicht mag sein, die Bahn nicht zu kriegen, dort ist mein Inneres Hort. Das war mir so vielmals erreicht, Läden. Und dann der Kranke, dort ist mein Körper, der war hungrig, der war darstich, und ich mag den Sein zu flehen, der war meid, und ich mag den Sein in den Platz zu bringen, dass ich kann räumen. Und dann schickt das junge Mann, so glückwachen, weiß nicht, was er gerade soll sein, aber ab einem dann sagt er, mit der Arbeit habe ich allein abgegeben, weil es die Arbeit, als ich mich zu schwor, das kann ich nicht. Und dann sagt das ältere Mann, dann hat es gutmählich allein versucht, die Arbeit zu tun, und hat es nicht, mit wem zu tun. Ich kann einmal einen, der mir hilft, diese Arbeit zu tun. Na, wer würde dort dann sehen, und dann lest er, Philippiens, Philipp, Philipp, streit, hier und sagt er, ich kann alles durch Christus, der mich steuert, mir auch. Eben, wenn mir das Kampf gegeben hat, eben, wenn ich manchmal nicht, nicht, dass alle so können, dass ich gut will, aber danach habe ich Christus, der mich hockt, dass ich dort kann, vollbringen, wenn die Arbeit auch schwer ist. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen anrufen, dass wir alle beleben dort, dass wir mit uns manchmal geschaffen haben, dass wir so sehen, dass wir Jesus immer ähnlicher worden tun. So sind wir positiv, oder sind wir negativ. Wir merken, auf welchen Städten, ein Unterschied, ein Verbetter, oder ein Verrück, ein Schlechter. Und wir alle wollen, oder sollen, im Verlangen haben, ein positiver Influencer zu sein, wo immer wir sein. Positiv sein, das bringt Sehen, für die Menschen, die mit uns top sein, ein Negativ sein, das bringt Menschen von uns weich, dass sie nicht den gleichen Raum uns zu sehen. Und wir wissen nicht, ob eine Gemeinschaft erst, was uns abhören wird, Gemeinschaft erst, was uns stark merken wird, Gemeinschaft erst, was uns mehr positiv merken wird. Und wenn wir nicht Gemeinschaft haben, mit anderen Menschen, dann fallen wir noch viel leichter, negativ, oder durchgedrückt. Philippa, vor allem, in den Türen sagt es, in mein Gott, wird mit alles Versorgung, wird gebrochen. Gehst du nur aus Heu, Jesus, reg es und scheinbar, an Christus Jesus. Es ist Gott, es regt und scheinbar, an Christus Jesus. Und so, worum soll ich dann, an irgendetwas Karte kommen, und dass ich nicht positiv bin. Worum soll ich mich dann, negativ, um wen ich an Jesus Christus, all das habe. Und ich habe das gelesen, ich habe selbst, Gott, sein Wort, ich habe selbst, den Engel, und ich habe selbst, all Femmels, erfreundet, von der Grote Haupt, Gott, sein Wort, für mich gewaßt ist, und wo ich mich erfreut habe, und dann auf einmal fing ich, war das mein Körper, meine Hände, meine Augen, oder meine Türen, das sind, war das, leichtsinnig gewesen. Und dann kann es darauf ankommen, dass ich mich selbst, umfang, doel zu drehen, und mich selbst, negativ zu merken, will ich nicht, 100%, dass ich, was ich gedacht habe, was ich will, oder mich selbst, doel ran. Gott, ich würde das tun, wenn ich, wenn ich, ich weiß, ich würde das tun, als es immer, wahrer, dass ich, mit, du, verabkommen, ich, mit, du, verkicken, dass ich, das Leben, da, wo ich, weit, von Gott, sein Wort, und wenn ich, da, eine positive, war, und warnen kann, dann kann ich, ein großer Sehen sein. 2. Timotheus 1, Vers 7, sagt es, steht, weil es Gott, auf uns nicht, ein Jesus, der uns, furcht, merkt, aber den Jesus, von Leib und Kraft, und dass wir uns, selbst, beherrschen können. Das ist, was Gott, in der Word, an seiner, worum soll ich mich, fürchten, wenn die Bibel sagt, dass ich nicht brauche, worum soll ich mich, schwor merken, mit Dingen, was ich, in der Word, die Antwort, dass ich alles habe, was mir fehlt, und ich habe den Jesus gekriegt, wort mich frei, wort mich nicht, darf ich, und verheben. Wir alle, wir jenen Menschen, die wir waren an, die sind in Angst, die, 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 die Wundern, wort alle was geben, und vielleicht sogar sind hier, und uns, mehr von denen auch, sondern, die, die Leben gewassert, in Angst, wenn so, es der Tietraum uns drehen wird, und hier lesen wir uns, dass wir uns nicht, dürfen, erfüchten, die Bibel sagt, dass wir, ich soll das lesen, worum soll ich mich fürchten, wenn die Bibel sagt, dass Gott mir nicht einen Jesus von Angst gegeben hat, worum soll ich mich da nicht beherrschen können, ich habe einen Jesus gekriegt, der mich positiv merken kann, der mich ändern kann, für das Bedeutende an das Leben. Reimer 12, Vers 3 sagt, dass ich dir genug, der mich gegeben hat, das sei ein Kind, und jeder einer, denkt von dir nicht mehr, als die wirklich sind, aber schadst du nur auf, als Gott den Glauben geschankt hat. Schadst du uns, und dieser Land, du nur auf, als Gott uns das gegebt hat, worum soll ich dann wenig Glauben haben, wenn Gott uns den Glauben gegeben hat, vor der Brücke, dass wir können bestimmen, dass wir können positiv sein, dass wir nicht dürfen, diese negative Menschen sein, negative Dinge verbreiten. Ich kann mich so leicht abreden, wegen Dinge, die dran sind, dass ich mich selbst nicht mehr verstehen kann. Hier lese ich, dass ich dir genug, der mich gegeben hat. Wir können das falsch, alle persönlich lesen, Gott sei nicht genug, der mich persönlich gegeben hat. Das habe ich mit, dem ich kann, ein positiver Influencer, sein in der Angebung, wo ich leben will. Eine positive Person, mir hat nun erscheint, und so der hat eine negative, und so wohnen es dann auch. Psalm 27, Vers 1, sage ich, der Herr ist mein Licht, in meiner Ratung. Für wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, in der ich sicher bin. Für wem soll ich mich ängsten? Für wem soll ich mich ängsten? Der Herr ist der, der mich stört mir. Worum soll ich schwach sein, wenn die Bibel sagt, dass der Herr mir kräft, für mein Leben ist? Wenn der Herr der Kräft, für mein Leben ist. Worum soll ich twiweln? Worum soll ich schwach sein, wenn es das sagt, und sie geht uns klar, der Herr ist mein Licht, in meiner Ratung, in meiner Kräft. 1. Johannes 2, Vers 1, sagt es, Liebe Kinder, Leben herrschen, wenn er in meinem Leben ist. Wenn er in meinem Leben ist, stärker ist, als er in der Welt ist. Worum bewegt mich? 2. Korinther 2, Vers 14, sagt es, Wir danken Gott, der uns in Christus, Jesus, immer siegen laat. Und so als sich in scheinbar verbreit, verspreit, so braucht Gott uns alle weh in Christus bekannt zu mir. Ein scheinbar geracht. Dann denken wir vielleicht manchmal, wir waren in der Nubisch vorbei und du hast Fleisch gebackt und das darf ein scheinbar geracht. Dann fängt uns sogar an zu hungern. Das darf ein scheinbar geracht. Und so sagt es hier, sind wir, sollen wir Gott seine Leib, Gott seine Genut verspreiten. So ein scheinbar geracht soll wir sein. Und wenn wir negativ sind, dann können wir dort nicht tun. Dann können wir nicht das scheinbar geracht wiederbringen. Und wir kicken manchmal noch an uns in den Karpa und wir würden wünschen, wir hatten mehr Dinge dort, wie uns verfreien, ein Motverfänger was kicken tun. Und wir haben vergeten, was wir vielleicht sogar zum Beispiel gelesen haben. Der war beteiligt den Tag, habe ich dort gebraucht, was ich mir gewünscht habe. Und ich kicken anmütig, ich kicken negativ und bring in amakuliert geracht wieder von meinem Leben. Erste Korinther 1 Vers, dort, ich sagte, durch dort, was Gott getan hat, sind die ein Christus Jesus. Das heißt, durch dort, was Gott getan hat, sind die. Wenn wir das annehmen, dann sind wir ein Christus Jesus. Gott hat dort gemerkt, dass wir durch Jesus Christus in uns weiss, geracht, heilig geracht sind. Feierdinger. Das hat Gott getan. Das ist nicht wie Gott werden, wie so fein werden, aber wir haben endlich das reichte Ding gedacht, oder gesagt, habe ich nicht mehr dort. Dann zeigten sie ganz klar, dass dort, was Gott getan hat, sind wir reich, weiss, heilig, immer an der Zeit geracht. Das meint, wir werden, wo ab einem steht, wo wir nicht uns selbst halten können. Wir werden ab einem steht, wo uns Leben nicht sicher wird, und da wir keine Wahl, dass wir uns selbst halten können. Und dort ist, was Gott getan hat, dass wir geracht sind. Wenn dort Jakobus ein Verschiff sagt, wenn dort irgendjemand von Jund und Weisheit fehlt, dann soll Gott eine Frau und geben, weil Gott jeder geredet hat, entscheiden aufzahlen, was ihm die Weisheit gegeben hat. Wir brauchen Weisheit in unserem Leben. Wir brauchen, dass wir eine faire Weg finden können, wo Entscheidungen zu treffen. Hier habe ich zwei Forts gelesen, wenn uns die Weisheit fehlt, dann soll wir Gott beten, und was fehlt, was uns fehlen hat. Und dann sagt es noch sogar, dass Gott geht auf Schein mir in die Weisheit geben. So wo war wieder an, dass Gott uns Weisheit geben hat? Wo weint wieder, wann er Gott uns Weisheit geben hat? Wo es steht, der Moment, dass wir einfach Gott uns Weisheit geeft? Was man eigentlich tun, dass wir weiten, dass Gott uns Weisheit geeft? We can fail thing down and learn and do thing and warn but when it here say that we say God and He hat uns Weisheit geben that Weisheit think we that weisht when we fail Bible lesen and becaunt them with God sin word then we we what God thing beschreven have that we can not do to rech and not to live God sin word becaunt then when we in situation non ran where we not know we then we would us thing befallen from what we have what us this lot and free give things we we did in chat when we lot three kick down then I have seen that there were I in chat and I know I know that it was God have that have me that you give what me fail in the moment and when you want to wait you want to God to come to give yes he say I have I can all be all hot be and I can all hot length that well but man that can do not as free well to decide what we want to decide and God will not that we don't we don't want when we want to live we want to live then what we want to live and we want to end say we want to me from God to we have to know that we have to got to him to have the we failed to have to have to have a positive person I have and so that the negative Klagelieder 3, Vers 21, Part 27. Sie können das überlesen, und dann ging mir meist so, dass das, was Jesus geschrieben hat. Er hat Paulus, dass der Bruder das Sterben ziemlich sei, aber wenn wir es dort mal lesen, Klagelieder 3, Vers 21, sagt er, aber du hast das, und was ich mich hole, und dann lebe ich weiter ab. Wenn ich an den Positiven oder Negiven bin, dann lese ich das Vers, sagt er, aber du hast das, und was ich mich hole, und dann lebe ich weiter so recht ab. Und dann Vers 22, sagt er, und dort ist das, den Hör in seinem Leben ist trughartig, du hast kein Eng von Wohl, wo er sich auf den Haaren verluten kann, wann einer sich zu einem Eivendet. Gemeinschaft wird, wenn wir uns die Meier an Meier aneigen, und bekannt sind, mit dem, was sie in Wohl anzulieren werden. Vers 24, sagt er, Ich sage mit mein ganzer Tod, der Herr ist, was mir fehlt. Ich lerne, was er tun wird. Ich lerne, ich kiege fairer, ich sei positiv, und seinen Weg nennen, dass ich so leben kann, als er mir leiden wird. Und ich kiege positiv, denn wenn ich schwere Tüden beginne, Dinge beginne, die ich nicht gleich verstehen kann, ich kann mich ganz in Gott seine Hände anleihen, und lüren du nur, was er tun wird für mich. Vers 25, sagt er, Der Herr ist den Gott, der nur sie in Wohl anzuliert. Der Herr ist den Gott, der nur sie in Wohl anzuliert. Der nur armfrau anzuliert. Der gleich der Herr. Ich kiege nur so eine Menschen aus dort. Vers 26, Das ist das Gott wird, stell für den Herrn, und seine Hände zu lüren. Das ist das Gott wird, geduldig zu sein, stell zu sein, nicht negativ zu sein, und der Herr wird antworten, und wird uns rüht halten, wo immer wir waren. 27. Vers, das ist das Gott für einen, wenn einer in der Jugend dort schwere Tüden lebt. Wenn wir noch jung sind, und schwere Dinge beginnen, dort wird geduldig die Lehre in Tüden. Und wenn wir dort bejüngt lernen, dann wollen wir dort, wenn wir alle sind, viel mehr mit Frieden drehen, und uns in Gott seine Hände leiden. Wir sagen von denen, da viele Menschen, die haben im Glauben angefangen, die werden mal froh, und dann sagen wir dort, von denen sind sie nicht durch. Die sind irgendetwas, die haben gerufen. Was ist passiert? Haben die abgehebt, mit nur den Haaren zu lüren? Mit nur den Haaren zu lüren? Was ist passiert? Haben die sich negativen Einflüssen von ihr eigenes Fleisch, von ihr eigenes Verlangen? 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, Ich schmiede all die Sorgen auf den Arm. Heute sage ich für uns, für die Menschen, die am Glauben sind, für die Sorgen sind. Worum soll ich mir Sorgen machen? Worum soll ich amutig sein? Wenn das hart auch mein Ziel in meinem Leben ist. Wenn das hart auch da ist, auf dem ich mich ganz verlassen kann. Worum soll ich Sorgen? Galater 4, Vers 1 sagt es, Dann bleibst du in der Freiheit, wodurch Christus uns verholfen hat. Und lasst du nicht weiter in Skluven, Joachim leid. Christus hat uns frei in mir. Darf uns an der Freiheit nicht helfen. Ich will, dass ich nicht frei bin. Ich will, dass uns zu schicken und ich will, dass wir glücklich sind. Gerade in dem, wo die Armstände sind, ich will, dass ich nicht ein positiver Einfluss mehr in der Armgebung in der Armgebung, wo immer in der Leben leben. Ich habe uns hier bei ihr angestellt, aus dem Soi, aus dem Licht zu sein, dass es schien, dass in diesen Menschen die negativ sind, dass sie uns lernen können. Reimer 8, Vers 1 sagt, Dann hast du nichts mehr zu verdammeln, um dich, der in Christus Jesus sind, der nicht so leben, als das Fleisch verlangt, oder so als der Jesus Gottes verlangt. Du hast nicht eine Verdammung, wofür wir uns grünen sollen, wenn wir in Christus Jesus sind. Du hast nicht irgendetwas, was uns bringen kann, wenn wir in Christus Jesus sind. Wir dürfen nicht in Angst sein, wenn wir in Christus Jesus sind. Du hast nichts, was uns verdammt wird. Wenn es heuhaft den Priester getult hat, das hat wir schon einmal anlebt. Heuhaft den Priester getult, wird eine Brücke uns von der dödlichen Wege aufgeraden. Die Tülerin ist ganz gemerkt, da ist nichts, was er noch fehlen hat. Hebräer 13, Vers 5 sagt, Sieht nicht hungrig, nur Geld, sieht zufrieden, mit dem, was sie haben. Gott hat gesagt, ich werde nicht verloten, die nicht im Stich verloten. Gott hat gesagt, er wird uns nicht versiemen. Ich kann ganz geloten sein, wenn ich von dir auch noch nicht sein kann, wird mein nächster Schritt, aber ich kann ganz geloten sein, und heuhaft das Reich führen, dass ich ein Sehen von dir nehmen kann, und ich kann positiv von den Dingen verteilen, wo Gott uns hat, in Schwierigkeiten geloten, und wo wir uns durchgelebt. Heu will nicht, dass ich in die Säule in Schwierigkeiten bleibe, aber heuhaft das manchmal tun, dass ich so kaltsechtig als wir sehen, oder dass ich an eine Janker an zwei Nähne komme, dass das für uns eine große Probe geben darf. Aber heu will, an es nicht zu werden, haben heu will, an es der Rüthau, und heu will, dass uns das soll in Sehen, oder ja, dem Sehen sein, dass ich dort was wiederum gehen kann, gerade in Dorn, wenn es nicht von uns ein Tjaer bei Leich ist. Philippa Feuerversch aufsagt, ich rede nicht, weil es mir was fehlt, ich habe gelebt, zufrieden zu sein, wo immer mir das geht. Zufrieden zu sein, wo immer mir das geht. Das Paulus, was er im Gefängnis war in diesem Brief schrieben hat, und sagte, in die Farschen, die Rom lesen wurden, und sagte, er war kalt, er war im Gefängnis, er war hungrig, er war darstig, und er hat all diese Lehre und sagte, ich habe gelebt, zufrieden zu sein. Und dann gab er ein positive Zeugnis. Die Menschen, die immer eine Gelegenheit hat, wann sie in der Mehl laden war, oder wann sie in den Müll drehen war, oder wann sie in den Müll drehen war, oder wann sie in den Ketten war, Händen war, oder wann sie in den Feind war, oder sie in den Schlimmsten gekriegen hat. Die Gelegenheit hat, was er seht, dass wir ein positive Zeugnis gegeben haben, was er in seinem Leben hat. 2. Korinther 4, Vers 21, 3. Korinther 5, Vers 21, was er verdient hat. 3. Korinther 5, Vers 21, Vers 21, sag ich, dass es steht, was soll wir hier sein, wenn Gott auf uns sieht, wer kann dann gehen und sein. Und andere wird, wenn Gott auf uns sieht, dass wir was haben, was wir positiv in unser Leben verweichern. oder nicht bloß dann so, wie wir haben, dann haben wir das Wort, was uns mit Frieden bewegt, positiv und ans Glauben verweichern. 1. Korinther 4, Vers 23, sagt er, Gott ist nicht ein Gott von Ordnung, aber von Fried und Ordnung. Gott ist ein Gott, der gleich von der Ordnung ist. 1. Korinther 2, Vers 12, sag ich, Wir haben nicht diese Welt ihren Gäste gekriegt, aber den Gäste von Gott ist. Durch diesen Gäste weiß wir, was Gott gegebt hat. Oder wird es sein, was am gefallenen ist. Der Gäste, was uns gegebt hat, der möchte uns mit Frieden Dinge verarmt tun. Römer 8, Vers 7, in der sagt, und all das haben wir die Eberhund an den sind hoffen, der uns gleich in der uns geht. Wir haben die Eberhund, wie weit und wir haben was, wo wir uns anhören, wo wir sagen, uns sagen, feilen können, wo wir geloten sein, dass wir haben dort, was Gott für uns hat. haben. Gehund saß dem Vers 33, das habe ich alle Döwen gesagt, dass die mich Freude haben. In dieser Welt habt ihr Angst, aber sie getrost, ich habe in dieser Welt gewonnen. Wir haben den, der gewonnen hat, in dieser Welt. Und den haben wir uns, der lebt uns, der merkt uns freudig, der merkt uns froh, und der gebt uns alles, zurück, damit wir positive Zeugnisse sein in der Angevung, wo immer wir leben sollen. So das Mon, der die ältere Lied wird besitzen, hat eine gute Lässe gelehrt. letzte sagte, ich will frisch anfangen in meinen Glauben. Ich will nicht liegen bleiben und all desertieren über meinen Hörschen und bloß glücklich leben so, dass mir gefällt, das äldere Onkel hat am Lässe gelehrt, dass er mit Frieden und sein Glauben will verkampfen. Wir alle beginnen dort. Ich habe es noch einmal gesagt, wie hand wird es ver leben und dann haben wir jener die uns manchmal will von der Weich herauf brengen. Die will nicht rechnen, die positive person sind und das kann so viel mal stärker ans ene fleisch oder ans ene jankers anfangen und dass wir vielleicht sogar manchmal nicht mal end wollen und du wein es ist so sehr fein wenn wir als und das zu denken an zu sprechen und dann hier wir zeugnis was der nächste Bruder oder sez hat durchgegangen wo Gott hat und das bewegt uns dass wir auch das freche das maut waren von nie mit Freude für unser Leben Das ist nicht, dass wir hier durch diese Eid gehen und keine Schwere begehen, wenn wir an Jesus leben. Aber wenn wir an Jesus leben, dann haben wir, an wen wir uns holen können und dann, wo das Raum uns ist. Gut, ich möchte Gott mit uns sein und jedem uns sehen. Wenn wir Abstunden beten, wird es passen. Vorher im Himmel, wir danken dir für die motbringende Wied, die du immer warst und uns nun kommen lässt. Vorher, wenn wir uns den Nern lohnen, wer wir sind und wer du bist, dann sei wie so vielmals so sei, dass unsere Schwagheit ist. Er wird grob ans Fleisch ist und wird herrlich du bist, vorher. Wir beten, dass wir immer mehr wollen, dass sein, was dir wollen und uns leben ist. Wenn die Tüte rum uns, so ist, dass wir nicht gerade verstehen, dass wir manchmal dort wollen, als positive, lichter Dagen in den Sehen sehen. Vorher, sehen in jeder Eingang, der hier von dir ist, musst du dir schenken, dass sie gelogen sein können und mit Freudigkeit diese Lichter dagen lohnen und auch Menschen, die getroffen wurden. Vorher, wir vertrauen uns die an und beten, an denen schützen, an denen sehen, wann wir voneinander gehen. In Jesus'n Namen. Amen. 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 Amen.